entwickelt für verstorbene Geschwister, dass man denen das widmet und an was kann erlaubt. Nein, auf keinen Fall. Es gibt Meinungsverschied beim Koran. Ja, da gibt es manche Gelehrte, die sagen, es nutzt dem verstorbenen Muslim, wenn man für ihn Koran rezitiert. Die anderen sagen nein und diejenigen, die sagen nein, haben die stärkeren Beweise, weil es gibt keinen Beweis dafür, dass Koran den Toten hilft. Und bei so welchen Themen brauchen wir klare Beweise aus dem Koran und der Sunnah. Aber was dem Toten hilft, ist was? Dua. Wieso sehen wir die Dua als klein? Die Leute sagen ja, warum kann ich nicht die Dicke machen? Dua, warum machst du keine Dua? Genauso die Spende. Warum sehen wir die Spende als klein? Mach eine Spende für deinen Vater. Bau ein Brunnen am besten, eine fortlaufende Spende, eine Moschee. Warum nicht? Damit hilfst du Inshallah deinem Vater, während er im Grab ist. Undster im Wähler. Wom-O-Kah. Wom-O-Serschonchen. Wom- Soviet man ihn bis zum Glück.